Eine weitere Frage ist gewesen, ob ich Orlando auch mal alleine zu Hause lasse und die Antwort ist ganz klar, ja, das tue ich, je nachdem, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel abends mit Freunden verabredet bin und ich sag mal feiern gehe, dann nehme ich Orlando natürlich nicht mit oder wenn ich andere Aktivitäten mache, sowas wie beispielsweise Validitherme gehen, dann nehme ich Orlando natürlich auch nicht mit und dann bleibt er auf jeden Fall auch vier, fünf, sechs Stunden mal allein und das kann er, das hat er gelernt in seiner Ausbildung und das ist für ihn auch gar kein Problem. Vielen Dank.